moin moin heiße ich euch alle und willkommen zu fifa 15 jawohl wir spielen heute nicht gegen union berlin ich habe mir gedacht ach komm da haben wir jetzt schon die letzte zeit schon öfter mit ingo stadt gespielt obwohl eigentlich haben wir jetzt nur drei mal gespielt aber mit so einem ergebnis kommen leute wer hat damit gerechnet also ich nicht oder dann gehen wir auf bänden es recht weil ich mir da weil man sich das auch angucken muss also unglaublich 73 es ist unfassbar da steht sieben zu drei unglaublich nun gut wir machen jetzt als nächstes verwerb ich war überlegen was man als nächstes machen können wir könnten ja hier jetzt weitermachen aber scheitert der woche weiß ich nicht aber highlight der woche machen ich glaube ich höre ein jahr ich glaube ich höre ein jahr ich weiß es aber nicht das ist ja diese frage so was ist denn überhaupt highlight der woche manchmal gucken so seht ihr gleich wie spät es wieder ist so spät nämlich und deswegen ist auch bei mir momentan keiner online ok also was haben wir denn heute wir haben griechenland gegen nordirland 2 0 rückstand alter falter ja das portugalspiel na wo christian ronaldo dann das doch urplötzlich gemacht hat sonst haben wir hier spiele ja das darf also wer wer sich das spiel angeguckt hat in reality der weiß wie es ausgegangen ist ich auch ich weiß es auch scheinen allerdings geformt wunden zu haben wer so hoch verliert da darf dann abschliesslich nicht wundern weswegen die form nicht da ist wir haben ein mensch heißt das city ist halt ein top team also machen wir das weiß ich nicht das sind 600 punkte sieben monat wir machen das mal auf halb profil da kommen auch aus hau raus hau raus gut wir spielen gegen den markt haben nicht allzu viel zeit mal gucken ob wir das überhaupt schaffen wir haben christiano ronaldo also eigentlich dürfte da jetzt hier nichts ich dürfte da jetzt hier nichts schief gehen habe ich das damals nicht gemacht und 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 tja wir mal ja ja platz würde ich mal sagen reicht ein schlechter bärer schlechter egal los geht's willkommen aus der qualifikation heute heißt die qualifikation das spiel zwischen dänemark und portugal portugal als erstes gestartet eine niederlage gegen albanien also da haben sie schon alle gelacht dänemark bislang in dieses turnier auch nur ein bisschen besser reingekommen haben noch nicht verloren deswegen ist heute die große frage kann der favorit die ersten punkte holen oder stolpert er nun über dänemark auch was auch immer das da war national von dänemark portugiesische hören wir irgendwie leider nicht naja aber warum der torhüter da ohne kopf steht ich weiß es nicht wahrscheinlich wahrscheinlich war von irgendwelchen grafiken würde mal sagen betroffen der keeper ohne kopf naja auch interessant das mannschaftsfoto wo wer weiß vielleicht gibt es irgendwelche blue green yellow boxen violet box was weiß ich box die das jetzt hier verursacht hat seit mal also heute im regnerischen dänemark gucken wir mal wie die aufstellungen sind und die aufstellungen sind eigentlich bekannt portugal wie dänemark spielen eigentlich genauso wie als letztes sie gespielt haben ja leider können wir die aufstellung hier nicht sehen aber im endeffekt zu spielen genauso wie die letzten mal gespielt haben von daher dänemark mit einer 4 3 3 taktik tendenz aber auf 4 4 2 also das spiel hat bislang kein kein sieger verdient so und jetzt heißt die frage schaffen die das die portugiesen jedoch noch irgendwie diesen anstocher punkt zu punkten sie haben ja jetzt noch drei minuten zeit äh 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 der masken torhüter ja am anfang des spiels noch gemeint äh da hat er gar keinen kopf ja wahrscheinlich liegt es einfach daran dass er die maske trägt gruselig 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 aber nun gut fünf minuten nachspielzeit wird angezeigt schaffen die portugiesen das denn jetzt überhaupt noch irgendwie zu reißen eda eda letzte sekunde portugal holt sich die drei punkte dänemark hat gut dagegen gehalten im gesamten spiel aber jetzt hat er eda getroffen 1 zu 0 unglaublich dänemark hatte schon den punkt klar klar geglaubt die haben schon gedacht ach komm das haben wir gerissen und was war denkste das haben sie gerissen faule natürlich freistoß für dänemark jacobsen macht den jacobsen und ecke noch zur ecke geklärt weiter nicht gebraucht ecke jacobsen berg und der ausgleich das gibt es hier nicht bäntner bäntner macht den ausgleich hier rui patricio sieht ja überhaupt nicht gut aus und da hast du es auf einmal da haben sie alle geglaubt ja komm das ding ist gegessen ich auch und dann ist nicht gegessen und jetzt ist wieder gegessen rick ist ja lona du bist jetzt gibt es unglaublich ich fasse es nicht ich bin in zehn sekunden die führung wieder ich kann es nicht fassen unglaublich da trifft der bäntner noch zum anschluss treffer und christiano ronaldo nimmt sich ein herz läuft durch trifft unfassbar drei tore in der 90 minuten wir hätten noch nicht mal überhaupt ein tor mehr erwartet aber portugal gewinnt und sich die ersten drei punkte in der qualifikation und dänemark guckt aus der wäsche weil sie es ja doch nicht geschafft haben am ende so schnell kann auch eine aufgabe gehen der kopflose torhüter wenn ich die teile hätte benennen müssen hätte ich den jetzt so benannt ja ja kopflose torhüter also das ist ja wahrscheinlich ein schönes back das ist ein schönes back schönes back wacke wacke kuchen ach ne ein back ein back ein back 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 so wir haben die wir haben die 700 punkte werden uns da oben gut geschrieben ja haben wir den challenge der woche geschafft yes ähm den letzten challenge in der challenge der wochen haben wir ja immer nicht gemacht einfach aus einem einfachen grund weil ich erhalte relativ viel vor aufzeichne deswegen können steht nicht mal so das turnier wurde er wurde bejaht das freut mich das freut mich ich werde mir jetzt demnächst dann überlegen wie ich das hochlade ob ihr also wie also ob ist klar aber wie ähm und ja ich würde mal sagen das machen wir nächsten teil wenn ihr mögt schaltet ein ne zum nächsten teil ähm ja ich würde wahrscheinlich warte mal das ist ja die große schwierige jetzt frage stimmt das ist die frage des tages schon fast würdig äh aber okay die frage des tages ist ja eigentlich dann die frage gut dass sie kurz vor ende noch gestellt wird ich habe sie nicht vergessen die frage des tages ist jetzt eigentlich die im turnier wie soll das turnier ablaufen soll das beispielsweise jeden mittwoch sein jeden samstag sein jeden ne das ist die frage jeden tag bei jedem tag ist es ja so dass einige vielleicht nicht mittippen können obwohl das auch mit den ergebnissen ist das so wenn der teil hochgeladen ist ne der fifa wird ja mal um 15 30 hochgeladen also außer youtube sagt ja nein ähm wird ja um 15 30 hochgeladen würde ich dann halt mal sagen so gegen 18 Uhr werde ich dann die ergebnisse bei kicktip eintragen ne so dass man halt noch die möglichkeit hat auch voll spannung und so ähm ja das ist die große frage wann sollen wir dieses turnier machen damit wir bei kicktip das ungefähr auf gleicher höhe haben ja das heißt also wenn er zum beispiel äh anfang november anfangen am 1. november und dann am 8. november und so weiter und so weiter ne es gibt insgesamt da wird ich schluck auf ohne Ende ähm da wir aktuell glaube ich 20 Mannschaften haben haben wir 38 Spieltage ähm das heißt an 38 verschiedenen Wochen vielleicht ein bisschen zu viel des guten äh vielleicht auch nicht so weil dann müsste ich ja dementsprechend dann auch reagieren mit dem äh spielen und abspeichern und hast nicht gesehen und lalalala ne wisst ihr bescheid müssten wir dann immer hin und her switchen also das ist die frage des Tages wann sollen wir denn unser Turnier immer machen sollen wir sind wirklich jeden Tag einmal durch zack turnier ist vorbei oder sollten wir das so machen dass das halt ein bisschen Abstand hat dass diejenigen Zeit haben ja okay mhm Tipp heute so weil ne weiß ich nicht also wir sehen uns nächstes Mal wieder wenn ihr mögt schaltet rein wenn nicht dann nicht bis dahin macht gut